Hallo, ich heiße Uwe Rüdel und ich arbeite für GS1 Schweiz. GS1 Global Standards One ist ein neutraler Verband mit Sitz in Bern und 113 Niederlassungen weltweit. Die Grundlage für die Kreislaufwirtschaft ist der Nachhaltigkeitsgedanke, welcher auf dem verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen beruht. Als Partner von Building Smart International arbeiten wir mit unseren Mitgliedern und Partnern aus der Bau- und Immobilienbranche daran, allen Akteuren durch die Verwendung offener und maschinenlesbarer Arbeitsabläufe einen effizienten Zugang auf Produktdaten zu ermöglichen. Ganz so, wie wir es bereits in den vergangenen 40 Jahren mit der Global Trade Item Number, früher EAN Number, oder dem Barcode als Datenträger getan haben. Durch die global eindeutige Kennzeichnung von Produkten können diese über die gesamte Lebensdauer rückverfolgt werden, wodurch sich auch komplett neue Geschäftsmodelle ergeben. Ein Beispiel dafür, wie wir als GS1 alle Akteure der Wertschöpfungskette zusammenbringen, ist die Initiative D-Cyp, Digital Supply Chain in Built Environment, die wir gemeinsam mit Building Smart International organisieren. Zu dem mittlerweile 10. Workshop am 19. März, sowie natürlich zu unserem Roundtable-Gespräch Digitale Lieferkette und Kreislaufwirtschaft am 16. März möchte ich Sie nun herzlich einladen und wünsche Ihnen interessante Gespräche und Diskussionsrunden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.